Mittwoch, 13. September, Etappe 8 Fragwürdige Traditionen in Spanien Stierhatz in Viana Am nächsten Morgen wache ich früh auf und fühle mich erstaunlich fit. Der Schlafsaal ist Camino-Standard und weit entfernt von jeglichem möglichen Luxus. Trotzdem habe ich gut geschlafen, Dusche am Abend und das Entspannen im gemütlichen Innenhof waren super und ich bin sogar in den Genuss einer hostel-eigenen Massage auf Spendenbasis gekommen. Grinsend schüttle ich den Kopf und blicke ins Bett unter mir. Wie das Schicksal eben manchmal so will, kam am Nachmittag noch der Franzose in den Raum, vor dem Raphael und ich am Vortag geflüchtet waren. Und natürlich bekam er auch das Bett unter mir. Ein freundliches Hallo hat er selbstverständlich erhalten. Ja, aber auch nicht. Zu groß die Angst, dass er hinterher mit mir weitergehen möchte. Ich überlege kurz, ob das nicht irgendwie arschlochig von mir ist. Ja, vielleicht ein bisschen. Und obwohl ich mir eigentlich nichts vorzuwerfen habe, fühle ich mich fast etwas schlecht, als ich beim Frühstück das leckere, selbstgebackene Brot nach österreichischem Rezept futtere und weiter darüber nachdenke. Naja, that's life. Und besagter Franzose fällt ganz definitiv so stark in die Kategorie Weirdo, dass jegliches Gespräch meinerseits nur aus Mitleid wäre. Und Dinge, die man nur aus Mitleid macht, sind ja irgendwie auch scheiße. Bevor ich weiter über dieses Dilemma nachdenken kann, schlüpfe ich in meine Flipflops, setze meinen Rucksack auf und husche wie jeden Morgen noch bei Dunkelheit aus der Herberge. Schön, wenn einem niemand das Schuhwerk ausreden kann. Von Los Arcos nach Vianna sind es wieder knapp 20 Kilometer, aber irgendwie gehen sie erstaunlich schnell vorüber. Die Landschaft mit den weiten Feldern und Weinbergen gefällt mir ausgesprochen gut. Es gibt keine sonderlich erwähnenswerten Aufstiege und dank der kleinen Städte und der recht häufig aufgebauten Verpflegungsstände am Wegesrand kann ich mich viel zu oft mit Kaltgetränken eindecken. Eigentlich hätte ich beim besten Willen nicht mit dieser Infrastruktur entlang des Jakobswegs gerechnet und finde sie teilweise auch etwas befremdlich, da ich mich vor meiner Reise gedanklich darauf eingestellt hatte, durch die Natur zu gehen und nicht ständig Getränkeautomaten und Co. zu finden. Aber hey, bei kalter Cola kann ich nicht widerstehen. Und irgendeinen Laster darf man ja wohl noch haben, oder? Aber du merkst schon, ich bin selbst eigentlich auch der Meinung, dass ich meinem Cola-Konsum einen Riegel vorschieben sollte. Es ist noch nicht einmal 12 Uhr, da passiere ich schon den Ortseingang von Vianna und werde direkt überrascht. Auf einem hohen Gatter sitzen fünf oder sechs kleine niedliche Kinder in rot-weißer Kleidung, applaudieren mir und beglückwünschen mich dazu, dass ich die nächste Stadt erreicht habe. Wie süß! Ich bedanke mich freudestrahlend und mache mich auf die Suche nach der Herberge Andres Montes. Munios, in der ich nächtigen möchte. Auf dem Weg dorthin kommt mir aber noch eine riesige, laute Parade entgegen, die von einem grünen Drachen angeführt, von vielen begeisterten Kids begleitet und von einem DJ im Piratenkostüm abgeschlossen wird. Überall am Straßenrand sitzen Einheimische wie Pilger in den Bars, die Stimmung ist ausgelassen. Na, das nenne ich doch mal einen angemessenen Empfang meiner Wenigkeit. Als ich an der Herberge ankomme, ist es immer noch nicht zwölf Uhr. Die Tür ist noch verschlossen und da auch sonst noch niemand da ist, eröffne ich die Warteschlange. Ein paar Minuten später habe ich für fünf Euro mein Bett und bin frisch geduscht. Leider finde ich keine Decken, also richte ich mich innerlich schon einmal darauf ein, mal wieder in Leggings, Socken und... Ach shit, mir fällt ein, dass am Morgen der Reißverschluss meiner geliebten Fleecejacke kaputt gegangen ist. Nach so vielen gemeinsamen Jahren wird mir das blöde Ding ausgerechnet jetzt abtrünnig. Nun gut, dann wird es nachts eben mal wieder etwas kalt. Passiert. Am Nachmittag sitze ich im Aufenthaltsraum am Laptop, erledige etwas Arbeit und gebe noch eine Stunde Deutschunterricht. Zum Mittagessen hatte ich endlich mal wieder ein leckeres vegetarisches Essen gefunden. Keine Patatas, juhu! Eigentlich war es nur ein Teller Linseneintopf, aber nun ja, die Ansprüche fallen rapide. Das Glas Sangria und der dicke Beutel mit Eiswürfeln für mein Knie haben mir Übriges getan und ich bin erstaunlich fit. Plötzlich höre ich eine Blaskapelle, die... Moment, klar, Despacito erkenne ich sofort. Es wird dringend Zeit herauszufinden, was hier heute eigentlich los ist. Bei einem erneuten Spaziergang durch die Stadt wird mir schnell klar, was Sache ist. Das Gatter, auf dem die ganzen Kinder am Vormittag saßen, war eine mobile Stierkampf-Arena. Ich war so verwirrt von dem tobenden Stadtfest, dass ich das überhaupt nicht realisiert hatte. Wenn man schon mal da ist und die Möglichkeit hat, so etwas mitzuerleben, kann ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Auch wenn ich von dieser Tradition absolut gar nichts halte. Fazit. Die Tiere wurden nicht getötet, sondern nur von einigen Halbstarken mit Profilierungsdrang hin- und hergejagt. Als dann hinterher die größte Straße der Innenstadt abgesperrt und mit Eisengittern versehen wurde, um die Stiere noch mehr durch die Gegend zu jagen, bin ich gegangen. Keine Ahnung, der Sinn ergibt sich mir partout nicht, auch wenn ich genau das natürlich in meinem Spanischstudium gelernt habe. Und die Stiere, die schon Schaum am Maul hatten, taten mir einfach nur leid, während mich das proletenhafte Getue manch eines Partizipanten mega genervt hat.